Das ist nur Kulisse. Solitude kann eine Sprache sein. Eine sehr harte Strafe. Es gibt Menschen, ich kann mich glaube ich selber auch ein bisschen dazu zählen, ich brauche nicht so viele Menschen im Umgang. Hey! Ich glaube, es kann ein Kampagnen sein. Es ist, was auch immer du es machen. Genau das. Sometimes it's better to hide, to let the dark in. Wie nach der, wie man sich fühlt und wie man damit umgeht. Die Farbe ist gekommen. Quick, get in! Em. Ja, bitte, ich habe gesagt, komm in! Vati ist nicht nett, wie es scheint. Alles klar. Diese Lande ist ein Wunder, um sicher zu sein, aber wie werde ich immer nach Hause kommen? Zu Hause? Jetzt, warum willst du in so einem wunderschönen Ort gehen? A wondrous voyage. Oder voyage. Voyage. Ein wenig französische. So. Wir haben vier Köpfe, wir haben eine Puppe und können aber leider nichts anklicken. Das ist sehr schade. Gut. Hush, es hat bereits angefangen. Was läuft da eigentlich? Kann ich, kann ich noch rüber gucken? Äh. So. Äh. What the heck? Komischer Godzilla-Film mit, äh, Hydra, dem Schiff und mit Menschenköpfen drauf. Ich, ich kann das nicht genau entziffern. Das sieht auf jeden Fall guselig aus. Oh, oh. Kinderzimmer. Hm. Ich bin nicht sicher, ob ich das sehen will. Was ist das Ding? Oh. Ich dachte, ich wusste, aber jetzt bin ich nicht sicher. Oh, Jimmy. Es muss sich in deinem Kopf zuerst nehmen. Otherwise, es wird einfach formlos bleiben. Unsere Albträume. Schon unserem Bruder gebastelt. Okay, Jimmy ist scheinbar der Grusename für James. Oder wir haben noch einen zweiten Bruder. Das ist etwas... Ich bin nicht ganz sicher. Dunkel? War das vorher auch schon so dunkel hier? Ich glaube nicht. Oh. Oh, wo ist das Kinderzimmer? Da können wir nicht rein. Kinderzimmer. Aber, bevor wir da reingehen, will ich noch einmal kurz unten gucken, ob wir da irgendwas haben. Hm. Die Tür ist jetzt verriegelt. Ja. Uh. Ja, wie es scheint. Ich hatte so eine Ahnung. Jetzt guckt er hier rein. Alles Schlechen. Kinderzimmer. Das ist, warum kommst du in. hier haben wir nichts können wir bitte länger hier bleiben bis auf den Regen diese Puppen sind überhaupt nicht unheimlich nein das war Mami die schreibt come on pick it up pick what up ok schade ich hatte hoffen dass es irgendwas ausgelöst hat da unten ein Vogelkäfig und eine Steinschloss so le kurs you and your mutinous puppets I will not make this easy for you if I am to meet my doom today it will be by your hands by your action befolgen wir die Anweisung play your part villain I'm waiting do not give in nein yes too late to build your character boy you wanted to be like me shoot nein nein what are we to you mere playthings play your part you thought you could be me you will always be just a scared little boy find your inner voice find your inner voice ähm sister neeeeeein nein da ist sie weg da ist sie weg Entschuldigung? Okay. Ja. Slam the door open. Slumpy der Bootsmann. Er ist ein wenig faul. Sehr faul sogar. Er würde am liebsten den ganzen Tag herumsitzen. Aber es gibt immer etwas zu plündern, sagt der Kapitän. Ja. Und ich dachte, ich hätte das Handy auf lautlos gestellt. Schade. Das ist leider eine Stelle, die ich nicht rausschneiden kann. Kommt ein bisschen komisch. Gut. Nein, da kommen wir nicht rauf. Geht nur weiter. Schau. Das ist die beste Part. Komm. Wir können nicht länger bleiben. Hunger. Okay. Jetzt ist die Hydra in einem, äh, ähm, ähm, Strudel. Äh, wie heißt das nochmal? Ich hab... Hab's leider gerade vergessen. Im Auge des Sturms. Und er lädt wieder nach. Das Mädchen ist sehr selbstbewusst. Das Mädchen ist sehr selbstbewusst. Find ich gut. Pappi ist wieder wütend. Hup. 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 So. Wir gucken nochmal. Warum ist das... Warum ist das Radio ständig? Hup. Es scheint, als hätte Papa das Radio gemocht. Und wir nicht. Hup. 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 Dann bleibt er noch ein Weg. Hup. 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 Okay. Ein aufgemaltes Bullauge. Wir bauen uns unser Bühnenbild selbst. mir das der steuermann er liebt gold über alles er kann es am anderen ende der welt riechen deshalb steuert er immer auf den schatz zu und ich muss noch was trinken ich fange an zu lispeln so besser okay diese bilder sind scheinbar unsere crew die wir uns zusammen bauen und hier setzen wir auch durch was zusammen oh ein u-boot eine rakete ich bin verwirrt ja es ist eine rakete mein Bruder er war immer da folgen in meine Füße schluss schlussend schlussend wie eine wärme Schmerz immer da aber nie wirklich present manchmal wenn die Schmerzen über die Stadt er würde aus dem Haus er würde in die Nachtschmerzen er würde in die Nachtschmerzen die Sterne aber nicht wirklich sehen sie was er wirklich sah war das 40 fort in hause ein die 8 basin Andrew youtube auch hohe seine alle mit Dramatisch, dass ein Tag kommen würde, wenn wir alles hinterlassen würden. Die Reise der Lebenszeit. Eine Licht auf dem Horizont. Eine Flamme, um seine eigene zu kreieren. Ja, er hat es in ihm. Um zu machen, dass ein Tausende Menschen sterben. Um zu fühlen. Um zu leben. Um zu leben. Ein Tausende Leben. Aber... Nevermind. Nevermind. Da wir waren. Dramatisch in der Nachtske. Wenn wir fast nachdenken und nachdenken. Wir machen es. Eine krelle Schade eclipsed die Sonne. Unser Traum war weg. Etwas anderes hat sich Platz genommen. Etwas witziges. Etwas... 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 Was? Was? Hi! Wohooo! Ah! 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 Okay... Oh nein! Was würde die schwarzen Wanderer jetzt tun? Don't worry. Ein Tag werden wir sehen, wie es endet. Ab ins Badezimmer. Was ist nicht so schön passiert. Whose auch wenn ich es gibt? Wie kann ich sie nicht finden? Sssst. Boge ich die Reihe. Womöge ich dein Zufigkeiten zu sehen. Und ich werde immer da für dich sein. Für immer? Für immer. The night sky. Mit einem sehr creepy Mond. Mal wieder. So jetzt. Oben haben wir alles. So jetzt. So jetzt. Das nimmt wirklich kein gutes Ende. So jetzt. So jetzt. So jetzt. Einbildung. Ja. Na gut. Das Schatten dahinter im Vorhang ist beunruhigend. Oder ist es ein Spiegel? So jetzt. Ein böser Junge. Ähm. 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 Okay. Ähm. 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 Einsam. Ähm. 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 Ja. Ähm. Wir werfen keinen Schatten an die Wand Wir haben da nur irgendwas rausgenommen reingelegt Bin nicht ganz sicher Was davon Da ist ein Sturm und starker Wellengang Das verwirrt mich jetzt Ah, wir brauchen Wegen Um sie zum Quachsen zu bringen Was passiert jetzt? Nichts weiter Okay Ein Mond Okay Was passiert jetzt? Nichts Wir brauchen etwas Wasser Reicht nicht Wir brauchen noch mehr Wasser Wellengang Wir brauchen Sturm Nee Auch nicht Jetzt aber Nee Ich bin etwas verwirrt Ähm Ah Wir brauchen Sonnenlichter damit die Pflanze weiter wächst Und Wasser Ah Das war ne super Idee Boah Gänsehaut Alles klar Akt 3 Blutige Wurzeln Ich glaube in das Bild Ein Rennen war doch die richtige Idee Warum kam mir zur Ladebildschirm Ich bin verwirrt Ich bin verwirrt Ähm Das irritiert mich jetzt Dezent Irgendwo ist hier was Da Sehr geehrter Herr Bezüglich der kürzlich durchgeführten Inspektion Ihrer Räumlichkeit fordere ich Sie hiermit im Auftrag der Stadtverwaltung Ja Ja Der Stadtverwaltung Der Stadtverwaltung dazu auf folgende Brandschutz und Präventionsmaßnahmen einzuführen Gewährleisten dass die Theaterausstattung den Anforderungen für feuerbeständige Materialien entspricht Entschuldigung Gewährleisten dass die Infrastruktur des Theaters im Brandfall über einen Fluchtweg verfügt Sie haben 30 Tage um diese Maßnahmen einzuführen Mit freundlichen Grüßen Unleserliche Unterschrift Königlicher Inspektor für Gendarmerie und Brandschutz Habe das soeben erhalten 30 Tage blöde Säcke Halte sie hin Alles klar Vater ist sauer Ähm Wieder ruckeln Ich bin verwirrt Was das soll Ah Schau Es ist sie Nein Was? Wer? Sie ist die Herr Hardy Sie ist die die uns da holen Oh Sie haben nicht mehr gespielt Die Flucht von dem Fahrt nach dem Schiff Ist es das? Ist es wirklich das? Wir werden es erfahren Lucia 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 Erste Offizierin Sie lässt nicht zu dass jemand die Crew missachtet oder den Kapitän weil sie sehr stolz ist so stolz gut ich bin wach ich bin wach da kommen wir rauf leider nicht so richtig was ist was ist geschehen vor allem wo ist die mutter Du füllst das Junge mit Nassau, als ob er nicht genug genug war. Es ist genug! Die Macher haben es mit aggressiven, ehm, jezornigen Vätern. Du bist derjenige, der nicht hilfreich ist! Was hast du mir gesagt? Get away from him! You, you monster! Uh oh. What? Ich bin irritiert, wo ich lang muss. Die dürfen nicht gesehen werden. Du darfst so viel sichern. Oh. 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 Alles klar. Ah. Es ist überhaupt nicht laut. Aber so viel? Mal gucken. Wo wir lang müssen. Ah. Nein, 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 nein. Wow. Oh. Die Folge geht bis über Länge. Kann grad nicht passieren. Nein, nein. Basine! Gängig! Zumwent. Eieieieiei! Seiieieiei! Oh. По claymierde. Eiieieiei! Eiei. Wir kriegen jetzt einen Schaden. Warum? Und wo müssen wir hin? Gala? Gut, ich bin ein bisschen irritiert, wo wir lang müssen. Das ist nicht so richtig erkennbar. Wow. Gehen wir mal hier lang. Mal gucken. Oh, da kommt wieder. Oh, da kommt wieder. Mal gucken, warten kurz bis das Auge wieder rum ist. Der ist irgendwie hier in die Ecke. Wo bist du? Daddy? Wow. What the fuck? Alles klar. He's coming. Alles klar. Gut. Müssen warten bis er hier rum ist. Jo. Wow. Wow. Oh, 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 oh. Nein! Father, it's today. I know. I'm going to see her. Take care of the house while I'm gone. Did you get anything for James? James, it's his day too. I, hm? I had to buy something for your mother. That's all I could afford. Okay. Also, Mutter kann man schon von aus, er ist gestorben. Aber it's his day too, ist er auch gestorben? Also das habe ich ja schon vermutet, aber ist das die Bestätigung? Oder ist das nur Geburtstag? Ich weiß nicht, was ich schon makaber wäre. Ähm, warte lang. Okay. Was ist das?